Guter Geisteszustand ist knapp, besonders ohne Pillen oder Licht. Die Ausrüstung ist speziell für diese Herausforderung zusammengestellt worden. Du brauchst nichts extra einpacken. Viel Glück. Jetzt können wir zeigen, wie gut wir sind durch den Überlebensmodus. Ah, die Herausforderung. Nö. Okay, let's go, oder? Ah, ich hab hier direkt EMF. UV? Wo bist du? Zeig dich. Rede mit mir. Wo bist du? Oh, EMF5. Weiß. Wir haben Ultraviolett, wir haben EMF. Eben. Bleibt da an. Nein. Ey, der hat gesungen und ist erschienen. Oh ja, äh. Ich komm jetzt noch rein, wenn's ja hier Probleme zu haben, ne. Er greift an. Irgendwas. Renn, renn, renn. Ah, ich bin tot. Ah, ich sehe immer noch unabhängig. Ja. Ah, die ist oben. Ja, der hat ja in den Raum gewechselt, ne. Die kriegen wir doch niemals geschissen. Hä. Wir müssen einfach nur schneller die Sachen finden. EMF5, bist du hier? Komm mir rein an. Okay. Jetzt gibt's nur noch drei Möglichkeiten. Ach, warte mal. Wir spielen auf dem Hardcore-Modus. Ja. Ein Beweis wird doch versteckt. Also, ich bin für die Zwillinge, aber jetzt nicht aus, äh, Überzeugung, sondern nur aus... Tja. Meinen sie es nicht? Nö. Verdammt. Das macht es viel mit. Scheiße. Okay. Ja, das Bild ist grad runtergefallen. Ne, es scheint der Flur zu sein. Der ist kälter als alles. Oh, UV. Na dann. Alles cool. Ah, EMF, wo ist es? Bin tot. Ich auch. Ich weiß nicht, ob wir da drei Runden schaffen, Alter. Oh, jetzt bin ich sauer. Jetzt direkt hier nochmal. Die Tür ging auf. Hier sinkt auch die Temperatur. Ja, gesamte Scheiße. Oh, EMF über 5. Rede mit mir. Wo bist du? Bist du hier? Bist du hier? Bist du hier? Äh, blöde Fotze, wo bist du? So, du Scheißgeist. Bam. 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 Was, sonst macht der nix? Da. Achtung. Oh je. Ah! Sie hat mich! Es ist schwierig, einen schüchternen Geist zu entdecken. Ein Shade wird nicht jagen, wenn er Gesellschaft in seinen Raum hat. Dann gehen wir auf den Shade. Ja. Aha! Ja? Es war ein Shade. Wir brauchen einfach ein bisschen Glück. Ich will raus. Ich muss raus. Das Gute ist, die reagieren halt so schnell die Geister. Also so eine Minute würde ich mir schon wünschen, gell? Ich mein wegen Interaktion. Angreifen tut er ja nicht so schnell. Die greift jetzt schon an. Okay, ich bin tot. Eww, die Runde können wir vergessen, ne? Sagt der so, ja, aber die greifen ja nicht gleich an. Die machen ja erstmal noch Interaktion. Ja, also... Und dann war ich eben so übelst gechillt, weil ich dachte, die greift ja noch nicht an. Die macht ja erstmal nur Interaktion. So schön hatten wir es noch nie! Ich bleib mal aufmerksam hier. Alter! Haha! Ich versteck mich jetzt einfach. Mach die Per-Maus und drück alle Knöpfe. Die schmeißt sauviel rum. Also ich glaub, das ist echt ein Poltergeist. Oh! Äh! Was? Die kam von hier irgendwo. Ja, genau. Achso, du kannst mich ja gar nicht sehen, aber... Nur wenn du was in der Hand hast. Und das... Und das... Achtung! Die Hand! Die Hand! Die Hand! Die Hand! Weg! Willst du mich verarschen? Das war ein Dämon. Verdammt, den hatte ich am Anfang! Ah! Ich hab weggemacht! Wir haben nicht verloren, wir haben ihn gewinnen lassen. Ja. Hier sinkt die Temperatur auch und hier ist eine Tasse geflogen grad. Oh Gott! Äh, UV? Ja. Huch, legen wir auch da aufs Bett. Okay. Ach du Scheiße! Temperatur ist unter Null. Unter Null. Er kommt. Ist weg. Ja? Mhm. Was jetzt? Sag was! Ich hab jetzt Dämon gemacht. Okay, dann mach ich auch Dämon. Aber das hört das Spiel mit, deswegen ist jetzt plötzlich der Chin. Nee, 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 nee. Also mach mal Dämon. Mhm. Weiß nicht. Du, ich warst das schneller als ich. Ja. Jetzt, jetzt, zwei, zwei gute Runden noch, ja? Ja. Ja. Alter, da hatte ich mir uns am Biomüll nicht abgeholt. Oben im Flur sinkt die Temperatur. Auch nicht der Fluraaaah. Doch. Reni Paulic! Bist du hier? Wie ist dein Name? Mein EMF springt doch immer nur auf 4,5. Lauf. Äh, er jagt. Nee. Äh. Doch nicht. Äh, lauf. Warte. Tower. Oh fuck. Äh, der jagt. Oh fuck. Ich zieh weiter Karten. Ich sag dir, wenn was passiert. Ähm. Oh, jetzt hat er hoffentlich nicht in den Raum gewechselt. Äh. Ich zieh weiter Karten. Äh, der Devil. Er ist neben mir gespawnt. Bist du tot? Nein. Ich bin doch in meinem Schrank. Wie ein Feigling. Ich zieh weiter Karten. Oh, nochmal der Devil. Der Tower. Der Tower. Der Tower. Äh, er jagt. Woher soll er jetzt hin? Ah, er ist im Keller. Ah, er hat mich. Es war ne Meiling. Guck mal, es schneit. Das ist ein gutes Omen. Wir haben keine guten Omen. Ne. Äh. Ah. Ah. War nur ein... Ja. Da mal ganz krasse Temperatur. Schnellscruz sie hin. Hast du's? Ne. Ich weiß nicht wo's ist. Ah. Weg. Bist du schon tot? Ich glaub ja. Ja. Es ist ein kleines Kind. Äh. Daemon? Ja. Sehr gut. Oh, wir sind so kacke. Stop. Obake. Ja. Komm jetzt hier. Auf geht's. Ja. Hier hinten im Bad. Genau, ja. Die Tür ging gerade. Hier steht ein Leuchter. Alles klar. Alter. Ganz ehrlich. Kleines Arsch geficktes Submoon. Er kommt. Er macht Türen auf. Er kommt näher. Er geht die Treppe runter glaub ich. Bist du hier? Zeig dich. Okay. Hast du schon was ins Buch gemalt? Wo ist das Buch? Achtung. Er greift sau oft an. Mhm. Ja, haben wir schon Beweis? Ah, die Box. Weil der schon bei echt scheiße im Töten ist, ne? Mhm. Der jagt auch nicht lang. Okay. Okay. Ja. Wenn das noch sein Raum ist, ne? Jetzt mach ich mir langsam. Da ist auch kein... Der ist... Der ist da nicht mehr. Er kommt. Wenn er jetzt herkommt, sind wir tot. Wie schön dumm ist er schon. Das hättest du nicht sagen dürfen. Ich hab halt im Flur, hab ich wieder Atem. Ja, im Flur geht auch die Tempo runter. Er kommt. Scheiße. Er ist bei mir. Versteck dich hinten. Jetzt ist er deutlich schneller. Boah. Ist ein Gespenst. Warum ich glaub, dass es ein Gespenst ist? Ich hab ja bei der einen Raum, wo wir anfangs Dachleiser drin, ne? Ja. Hab ich Salz genau an die Tür gelegt. Vorhin ist er aufgetaucht, hat uns gesucht und wir waren in diesem Raum. Und die Beschreibung ist, beim Gespenst, äh... G-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g. Ähm, Gespenster haben Angst vor Salz und werden alles tun, um nicht damit in Berührung zu kommen. Ich hätte gesagt, er hat deswegen nicht reingekommen in den Scheißraum. Kann sein. Wer? Das war ein Yokai. Nein! Doch! Oh komm, jetzt direkt. Küche ist es nicht. Vielleicht mal ein cooler Raum, wo man auch arbeiten kann. Esszimmer oder so. Oh, doch! Oh! Weihihi! Oh! 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 Ist... Oh? Meinst du, es ist das Esszimmer? Oh! Oh! Oh, dass ich vorne mal aufm Klo warne! Am Spawn die einfach in mir drin... ...und lacht noch so dumm, dreckig. N-h-h-h-h! N-h-h-h! Ist ein Geist anwesend. Kannst du mich hören? Sprich bitte mit mir. Sie greift an. Sie ist oben. Oben? Ich glaub eher, die war hinter mir. Ja, ich hab sie ganz kurz gesehen. Aber die ist dumm wie scheiße. Naja, sie hat mich. Also, so dumm ist sie nicht. Ja, weißt du was? Ich nehm jetzt hier die Karten und ich geh wieder die Karten durch, oder? Haha, bin tot. Ohne Jagd. Auch das geht wohl. Mal ein Poltergeist. Ja, wie machen wir das denn jetzt hier? Wir hoffen auf Glück, was soll ich machen? Es warst jetzt aber nicht du. Nein, das warst nicht du. U.V. Ach du scheiße. Ist hier ein Geist? Hallo? Bist du hier? Ja. Ja, jetzt komm, bin ich tot. Aber es ist halt immer kurz vor fünf. Wenn ich lass... Ne, ist ziemlich schnell. Tot. Gleich. Oder? Ne, doch nicht. Oder doch? Ne, doch. Äh, ja. Tot. Ist das wieder der Dämon? Der hat das letzte Mal auch saugschnelles Kruzifix kaputt gemacht und wir uns dann angreifen wollen. Achtung, er kommt. Ich bin tot. Dämon oder Hantu? Was machen wir? Äh, Dämon. Okay. Ne, Hantu. Was? Oder? Keine Ahnung. Dämon! Oh, hier oben im Flur. Ne, oder? Das wär gar nicht mal so schlecht, weil hier sind meistens mal die Pussygeister, ne? Ist das so? Also... Hat er gehört. Ich bin tot. Ganz spontan würd ich sagen, Oni. Ja? Weil? Ähm... Ja, also gar kein Grund eigentlich. Ja, hab ich. Aber es wär natürlich jetzt der Plot in der Weltgeschichte, wenn ich damit jetzt eine Mission abschließen würde. Das wär witzig, ja. So komplett... Ohne irgendeinen einzigen Beweis. Das war der Mimik. Hast du das? Ja, provoziere ich den Spacken. Hier, ja, hier fliegt auch schon Zeug. Jo, oh! Mach was! Guck mal, ein kleines Kind! Piss dich, Alter! Ja, reicht jetzt, geh weg. Ganz kurz vor fünf. Mit dem EMF. Ja, vielleicht hält er genau das zurück. Er greift übrigens. Ich bin tot. Ja. Ich auch. Rauch? Ja. Ja, dann ist jetzt Zeit für Feierabend, glaub ich. Es war ein Revenant. Wir werden immer besser. Ich dachte, ich hab nur XP. Haben wir gut gemacht. Es wird heute immer besser. Nein! Ja, und ja. âu kommisse. Hallo. Io. Ja, nein, nein. Tee, ich min第一 θere. Echt? Das ist echt Licht. Ich bin 사�lang. Oho, kein moon. Ich bin immer 걸로. So kunst es ohne die Jmarkt. Vielen Dank.